Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Red Dead Redemption 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten jetzt eine Missione mit dem Dutch van der Linde. Und hi. Der ist hier in unserem Haus drin. In unserer alten Villa. Schau, die Bank. Karen, Tilly, Abigail. Ich schickte sie alle. Sie alle sagen die gleiche Sache. Es ist noch mehr als eine Arme Guard. Und die Polizei? Es ist die Stadt, sie sind die Polizei. Aber wie wir wissen, die Patrolen werden alle diese Weise gehen. Wenn Abigail und ich die Diversion führen, das ist die Möglichkeit. Was denken Sie, Arthur? Ich glaube, wir haben vieles選nissen. Wenn wir hier liegen, wir wissen, wir sind. Aber die Planung? Wir haben ein paar, wir wissen, wie wir kämpfen. Die Stadt Kampen sind nicht so schwer, als wir schnell gehen. Ich denke, wir machen es in der Nacht. Mit einer Distraction. Das ist was Jose ist. Es ist als gut ein Plan wie es ist. Ich glaube, ich agree. Wir machen es heute Abend. Es ist die Drammung von einfach in der Bank. Wenn wir das Silenten machen, können wir uns auf viel einfacher. Ich weiß. Ich bin nur sicher. Jeder Plan ist ein guter Plan, wenn wir es gut machen. Jeder Problem wir hatten war, weil wir es nicht gut machen. Wir können uns gut machen. Ich bin der Mann, der Mann. Wir fahren in der Nacht. Wir sehen uns gut. Wir fahren schnell. Hast du alles, Arthur? Wir holen uns einen Bank, und in sechs Wochen wir leben in einem Tropical Idol, um die letzten Tage zu machen, als Bananer-Farmers. Wir holen uns aus diesem Gott-Forsaken und holen uns einen Bank! Komm mal, Hosea! Ich will kurz den Waffen ausrüsten. Geht los! Wir haben nicht alle Tage! Ach, Junge! Hast du das Hörst, oder? Das ist es, Leute! Der letzte Mann! Wo haben wir das vorhin gehört? Was ist mit dir passiert, John? Du hast all dein Herz verloren. Ich versuche nur zu bleiben, über alles zu sein. Real? Oh, wie ich das Wort verliebte. Es ist so schwer, von imagination. Wie schnell sind wir raus? Wie schnell sind wir aus? Wie schnell sind wir organisiert. Wir fahren nach Argentinien, dann einen anderen, über die Kirche. Was ist mit dem Geld in Blackwater? Wir werden das einfach nicht verlassen? Lass das, es ist weg. Wir reden nicht. 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 Wir werden das und mehr nehmen. Wir nehmen es von den Menschen, die es von uns nehmen. Das ist nicht eine eine 100 Dollar Operation. Das ist eine große Stadtbank. Genau. Mit Sicherheit, Schäden, Polizei, Polizei. Hosea hat seine Erinnerung gemacht. Wir haben das über das. Der Plan. Das letzte Mal. Dann bin ich mal gespannt. Hosea und Abigail ziehen die Polizei. Wir gehen in calm und schnell. John und Lenny schützen die Vorstehörer. Javier nimmt den Seite exit. Bill, Micah und Charles kontrollieren die Leute. Ich und Arthur handeln mit dem Bankmanager und Valt. Entstanden? Entstanden? Die Kinder, wir gehen weiter. Wie lange Sie brauchen? Nicht lange. 15 Minuten oder weniger. Sie wissen von dem Die Ruhe. Any Probleme? Wir sehen uns im Camp. Good luck, Die Kinder. Richtig geniecht. Ja! Jeder kennt die Drille. Wir gehen auf. Wir gehen auf. Wir werden uns gerecht. Wir müssen uns nicht gehalten. Wir gehen zurück nach Camp. Wir werden in ein paar Tagen verlassen. Bist du gut, Bill? Natürlich. Dann gehst du mit Charles. Wir wollen nicht sehen, wie ein Posse-Kauntry-Outlaws gehen. Das ist es, Cowboys! Einen Mal wieder! Einen Mal wieder! Los geht's! Einen Mal wieder! Nice and easy through town now, boys. There's Bill. Let's hitch up here. Gentlemen, robbing thieves, it ain't no crime at all. Folk like this. They stole with this. Stay cool, fellas. Act natural. Wait for Hosea to do his thing. This, this is better work. A lot of them are falling on it together. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John. Will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. I love that Hosea! He is a true martyr. He is a true martyr. Oh, I can only do that. Let's go! Ladies and gentlemen! This is a whole lot! You're nothing stupid! Who do you think you are? Who do you think you are? Hier, open up the vault! Open the vault, come on! Let's make this quick, come on! Oh really? Okay, at 70... You get that, Mr. Ramp? Okay, I'm here! Oh, the first is on! Oh, you shit! I'm here! Get out of here! You have trouble? Looks like the wall! Come on! Let's go! Okay. I'm here! I'm here! I'm here! I'm here! Abigail! Dutch! Get out of here! Get out here now! Someone must've squealed! You never should've gone after Bronte, Dutch! Mr. Milton! Let my friend go! Or folks, they are gonna get shot unnecessarily! Your friend? Ha! Why would I do that? Come on, Milton! It's over! No more bargains! No more deals! Mr. Milton! This is America! You can always cut a deal! I've given you enough chances! Come on! No! Goddammit! Fuck you! Get out of here, Dutch! Who's that? The 3rd! Goddammit! Kill those bastards! Come on! On every man! Kill that asshole! Julian! Hosea! They killed Hosea! Goddammit! Oh! The battalion was a bad idea! Man, I'm now dead. Oh noch... Was sind wir mit dem Tresorraum eigentlich jetzt? Just about! Get over here! For Christ's sake Arthur, get over here! There's no way that we're getting out that door! Take this and pull a hole through that wall! What did they know? There's gotta be a rat! We really wanna talk about this now! We're getting killed here! Okay... Stay down! And get up to the roof and draw on their fire! We'll follow you up there! You're dead now! You're dead now! You're dead now! Ayyayayyay! Nein! Oh! These are... Arrgh! I'm so over! No! I'll hold them all! You're dead now! Let's go! Let's go! Ah! 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 Oh my God! We only killed another house somewhat! We lost control of the bank! The others are trying to hold them off! Marsha! What's up? Ah! Ah... Oh shit! Catlin gun! Hurry up! This anni gun's destroying everyone! Jaaa Halleluja Arthur! We lost John. Killed? Arrested. I couldn't help. Well, we better go. We'll be next. What do you think? I reckon me and Lenny try and find a way across the route, sir. If you'll cover us. Sure, sure. Go on! Renn doch! Where is he? He's... He's dead! Oh, god! No! There's nothing we can do! We gotta keep moving! Put a ring around this and find him! Move! Come on! They can't have gotten more! Drop that man! We're running! We're gonna have to jump! Arthur, go! He goes! He's a liar! Follow you. We gotta keep quiet and keep moving, or we're gonna be dead in the next few minutes. Follow me. One at a time. Arthur, you go next. We gotta keep moving. Quick and quiet. Come on! You people need to move along now! Oh, shit! Careful! There's more law down there. Find these maps! Always find the other! Oh, shit! Looks like they're heavily patrolling around here. Arthur! Arthur! We can get in here! Come on! I don't believe it! They knew we were coming! Just like your ferry job in Blackwater! Just like your ferry job in Blackwater! Ain't nothin' like that! What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. How long are we gonna stay here? A few hours? We go back to camp. They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah. Where? Any place will do. That's all I got. We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. We die out there right now. Exactly! Now, everybody! Calm down! I mean... Look at us. Okay. Follow me. And keep your heads down. Hallelujah! Boats! Come on! Guards up in. What now? Just wait a second. Because I'm out. Goddammit. This night just keeps getting better, doesn't it? Everyone stay down and keep quiet. Looks like they've stopped. We'll go through the train, Arthur. Come on. I'll press you. Follow when it's clear. Guard to the left. Stay low. Stay low. Someone's coming. Duck! I don't see why we have to check the train. They just robbed Lemoyne National Bank. It's not like they're gonna take the first line out of town. My old Milton. Milton said a lot. Come on. I won't be out of here all night. Come on. I won't be out of here all night. Hallelujah, ey. What a stress. Shit! Stop it, Arthur! Goddammit! We're never gonna get past these fellas. Arthur, head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know. Make a noise. Whistle or something. Okay. Okay. Oh shit. There's another one. Hey, there's too many. We're gonna do it. See them? Sure. What do you think? I don't know. They're watching for us. Maybe. Maybe not. Well, they ain't just waiting there for no reason. Yeah. Let me think for a second. I don't deal with them. With how? I can't kill all of them silently. So, when they chase me, you go the other way. What are you talking about? You heard what I said? Oh, I like it. Real brave. What in the hell? Who is... Excuse me, buddy! Hey, stop! Stop, stop! That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on! Hello? Oh! Oh! What shall I say? What now? Well, at least we got some gold. I'm sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John. Lenny. Jose. That wasn't good. I don't know. So what are we going to do now? Guess I'm going to introduce myself to the captain. Give him some of this gold to secure his silence. And find out where we're heading. How do I look? Like a shifty no-good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Well, it's going to take a little more gold, but I think we're going to be okay. This captain, he is a fine fella. A New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently we're going to be able to slip a shore in northern Cuba in a couple of days. That's so. Apparently. What are we going to do in Cuba, Gus? Hold up for a while, then hurry back and gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. With that you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves and this is Don and Dustin. Let's hope so. I ain't no sailor, but, uh... That cloud look like good news to you. Wake up! Everybody! Wake up! 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 I don't know, but we are getting off of this boat! Come on! Would you get a move on, you sleepy captured? Hey, you go on ahead, I'll be right behind you. Jesus! Ruts! Dance! I'm okay! You? Yeah. This ain't moving! Yeah. Yeah. Yeah, you go on ahead. I'll try and find another way. Oh, goddammit! That's a court there! Warrior! Please! Go ahead! No! 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 Da haben sie uns allein auf dem Boot gelassen. Ah, wo der hell am I? Wir sind einfach an der Insel, anscheinend. 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 Wir sind einfach an der Insel. Wir sind einfach an der Insel. Wir sind einfach an der Insel. Okay, es sieht so aus, als wären wir jetzt irgendwo in den Dschungel gelandet. Scheiße. Scheiße. Das ganz alleine. Das ist einfach an der Insel. Das ist einfach an der Insel, anscheinend. Das ist einfach an der Insel, anscheinend. Das ist einfach an der Insel, anscheinend. Das ist einfach an der Insel. Das ist einfach an der Insel, anscheinend. Das ist einfach an der Insel, anscheinend. Das ist einfach an der Insel. 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 Die Insel. Das ist einfach an der Insel. Das ist einfach an der Insel. Das ist einfach an der Insel. Die Insel. Thea! wollen, was nicht es ist, und andere sagen, sie es zu nehmen. Ich verstehe nicht. Es gibt Probleme für Arbeit. Und andere Thieves und Piraten, die versuchen zu verabschieden unseren Weg zu arbeiten. Wie sehr schrecklich für dich. Nicht so schrecklich wie es für sie ist. Herr Fussar hat viele Freunde sehr starken. Ich glaube, dass er das macht. Ein paar Haitian-Piraten werden ihn nicht beschädigt. Sie werden in den Straßen schnell genug geblieben. Und wir sind wie die Haitian-Piraten, Herr Simon? Sie sind wie jemand oder andere. Wir sind in den Tahiti. Sie sind zu sehen. Als ich genau weiß, wer du bist, werden Sie frei. Im Moment, Sie werden nicht sterben. Gabo, Sie werden diese Menschen in den Straßen, zusammen mit dem Gruppen der Kücherchen-Piraten. Any dummer, Sie werden alle schrecklich. Willkommen in Guam, Herr Fussar. Wenn Sie mich entschuldigen. Ja! Ja! Was jetzt? Aiden, ich weiß nicht. Was du denkst? Ich denke, wir müssen rauskommen. Ja, aber sie können nicht wissen, wer wir sind. Aber diese Insel ist doch auch schön. Ein bisschen zu viele Berge, aber sonst schön. Wer sind diese Leute? Wer weiß? Wer sind sie? 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 Kriminale. Wer sind sie? Insurrexion. Insurrexion? Das ist ziemlich ein Wort. Hör auf, Herr Fuentes. Hör auf! Alle! Wie die Pinguine. Wie die Pinguine. Ja." Claire sitzt durch die Gl psychic der Flanche. Tue. Mein Wunscher, der Flanche kommt gerne auf dem Wasser. Er ist eine ziemlich aus Please. Wenn sie nicht noch ist, drosam ist, nein muss so los scharf. der Flanche kommt... Seine Wunscher, einen ... Was, boys? I don't think they're shootin' us. What the? Hold it off with your gun. Ah! We can do this! Good work, Arthur. Everyone okay? Yeah! Damn. Reinforcements. We need to get out of here! Now we're in trouble. Come on, come on, Femi! Everyone, follow me! Femi, Femi! Come, come, come! Oh, yeah! Oh, get out of here! Get out of here! There's a lot of them! What do you think? We gotta move, Dutch! Don't lose face, son! We'll find you! Cooey, Cooey! Go! Go! Come on, Arthur! Quickly, I have some guns stashed here. Come. Come. Go! Oh, shit! Oh, shit! Ja! Nein, immer nur in den Kugweg schießt er. Komm schon, fahre ich mich, schnell! Was machst du hier? Ich habe keine Ahnung. Ich bin von jemandem oder etwas, glaube ich. Wie geht's alle? Hackel Fontein? Judge Van der Linde. Diese Brunnen Rats sind Micah, Bill und Arthur. Okay. Well, Fusar will be desperate to find you. We must be very careful. So, who is this Fusar? A tyrant, driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. Leon wants the people to stand up to Fusar, but most are too afraid. And you? I am not from here. I bring things in and off the islands behind Colonel Fusar's back. Let's rest a moment. Down there is Equadolche, Fusar's compound. The sugarcane these poor men killed themselves farming gets processed in that factory there. And little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle hoping to find a way back to their homes. Now Fusar's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I used that as a hideout when we are here. Come on. I know somewhere you men can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. But I need something in return. Help Leon with that group of escaped workers and then come meet me at the fort. If you help us get back our friend and get out of here, we will do everything we can. Thank you. Get out of here. If your friend is still alive, they will have him at Fusar's compound. There is a cave hidden below the cliffs. It will lead you right there. Thank you. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusar does. Of course. Gentlemen. Well. Goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Officer. I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. What a mess. I am so sorry, boys. Get some slate, Dutch. Micah, guard this spot. We'll do some more scouting carefully. Okay. Willkommen in the new world. Wie sieht denn die Map jetzt aus? Okay. Jetzt koste ich nur das hier. Hier ist noch eine Stadt, oder? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall sehr klein. Ich würde jetzt auch erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Das war jetzt ganz schön viel für diese Folge. Hauft rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.